Familie Wellmuth ist eigentlich wieder reif im Urlaub zu fliehen. Sie fliegen in den Amazonas-Wald. Endlich sind sie angekommen und sie gehen in den Amazonas-Wald. Als sie angekommen sind, sahen sie, dass fast alle Bäume gefällt sind, außer einer. Sie stellten sich in einen Kreis und beschützten den letzten Baum. Dann gingen die Arbeiter weg. Anschließend gingen sie zum Flughafen und flogen nach Hause. Glücklich und zufrieden kehrten sie in ihr vertrautes Heim. Tschau! Von Paula, Gina, Raban und Annika Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020